Hallo, Stein-Feger. Ja, ich hab ein Stein-Wheor. Max Braun am Apparat. Hallo? Ja. Ja, hallo, hier hallo ich, ne? Ja. Ja, hallo, am Apparat ist Sebastian Haus. Hallo? Ja, hallo. Ja, guten Tag, bitte sprühe ich. Sie rufen an, sagen ja guten Tag, sagen nicht mal Ihren Namen und von wem aus Sie anrufen, ist es wahnsinnig laut bei Ihnen und Sie wollen meinen Namen wissen? Den verrate ich Ihnen nämlich. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute habe ich euch wieder drei Telefonate mitgebracht. Drei Telefonate, die, naja, verrückter nicht sein könnten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen neuen Telefonaten. Hallo? Hallo, Stein-Feger. Ja, ich hab ein Stein-Wheor. Max Braun am Apparat. Ja. Von FX Frankfurter, von Bitcoin Make Money. Ah, ja. Hm, ja. Sie haben gerade eine Registrierung gemacht an unsere Unternehmer. Ja, ja, und seine Werbung heißt da und mich angemeldet. Genau, und gerade rufe ich Ihnen an, äh, zuerst mal zu unterstützen, helfen, wie Sie das Konto gleich aktivieren können. Ah, toll. Nein. Ja? Ja. Ja. Okay, sind Sie vor dem Rechner? Nee. Haben Sie mit dem Smartphone gemacht? Nein, also ja, am Computer, aber jetzt bin ich gerade nicht am Computer. Ja. Okay, weil ich habe auch vor fünf Minuten angerufen, aber leider, Sie kommen nicht dran. Wo genau Sie im Computer waren. Äh, können Sie kurz den Computer hochfahren? Na, aber er ist ja noch hochgefahren, aber ich sitze gerade auf dem Töpfchen. Töpfchen, aha. Okay. Okay. Sind Sie beschäftigt zurzeit? Ja, ja, auf dem Töpfchen. Okay. Okay, wann darf ich anrufen? Wann sind Sie vor dem Rechner? Ja. Wenn Sie ein paar Minuten warten und mir ein bisschen was über Ihre Firma erzählen, können wir auch die Zeit bis zum Rechner noch, äh, verbummeln. Alles, alles gut, ich werde in ein paar Minuten, weil, äh, ich möchte erstmal informieren, wie es bei uns funktioniert, wer wir sind, was wir machen. Alles klar. Ist gleich. Können Sie auch so schon mal machen. Also dann natürlich. Erzählen Sie mal. Okay. Wir sind eine internationale Trading Online Plattform. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit an der Börse teilzunehmen. Die drei große Vorteile bei uns sind erstmal Kontoverwalter an ihrer Seite. Das heißt, ich werde jeden Tag für Sie an die Börse zugreifen, Positionen öffnen und schließen. Wir garantieren einen Gewinn zwischen 15 bis zu 25 Prozent im Monat über die Investition. Als neue Kunde, Sie bekommen bis zu 50 Prozent Willkommen-Bonus als Anfang. Mikro-Konto können Sie mit 250 Euro anfangen. Sie erhalten 125. Danach können wir die Handelsplattform auf Ihren Rechner herunterladen. Sie beobachten jede Zeit. Sie haben auch selbst Zugriff an Ihren Computer. Sie können auch selbst handeln, wenn Sie Profi sind. Aber allein ist es ein bisschen riskant. Nach drei, vier Wochen Zeit, nach der Testphase, wenn Sie begeistert sind von unserer Zusammenarbeit, von der Ergebnisse, von der Auszahlungen, von der Steuer auch. Dann entscheiden wir beide langfristig, Minimum 2,5 bis 3 Jahre arbeiten. Wenn Sie nicht zufrieden sind, Kapital abheben, aussetzen, Freunde bleiben. Gar nichts passiert. Aber für die Testphase, das ist eine Mini-Investition ab 250 Euro. 250 bis 2500 heißt Mikro-Account. Sie können mit einer X-Summe starten, wie viel Sie möchten. Bonus wird bis zu 50 Prozent gut geschrieben, als Unterstützung, als Willkommen-Bonus. Und ich kann jeden Tag arbeiten. Einmal, zweimal in die Woche können wir zusammen unterhalten, Analyse durchführen. Und nach ein paar Wochen Zeit, wenn Sie begeistert, zufrieden sind, können wir langfristig arbeiten. Hier sind die Informationen kurzfristig. Und wo kommt da eigentlich die Kohle her? Also wenn man bei Geld verdient, dann muss ja irgendjemand das Geld auch heben. Also erstmal Mikro-Account heißt, Sie können oder Sie müssen 250 Euro investieren. Mikro-Account. Bonus wird von unserer Finanzabteilung gut geschrieben. Und dann, wir können direkt bei den Forex arbeiten. Bei Währungspaar zuerst, weil mit Mikro-Konto können wir nicht so große Investitionen erledigen. Wir können bei Euro, US-Dollar, USD, japanisches Yen und so weiter, Schweizerer Franken investieren, Buy, Sell, Kauf, Verkauf. Wir haben extra eine Handelsplattform, Metatrader 4 heißt. Den werden wir auf Ihren Rechner herunterladen und Sie schauen jede Zeit, wie das läuft. Ich kann dann jeden Tag neue Informationen geben. Ja, und wo kommt die Kohle her, die man dann bekommt? Von der Frankfurter Börse. Ja, und wie funktioniert das, dass man das Geld bekommt? Warum kriegt man das Geld da? Also, beim steigenden Preis, wir können immer Buy, Kauf organisieren und wir verdienen, wenn wir die Position geschlossen haben. Beim fehlenden Preis, beim fehlenden Preis, wir können Verkauf, Sell, aktivieren und trotzdem profitieren. Aber diese Strategie, dann werde ich, sobald Sie vor dem Rechner sind, da kann ich Ihnen informieren, weil nicht so theoretisch. Das ist kompliziert. Da müssen Sie vor dem Computer sein, damit ich alle mit der Ruhe argumentieren kann. Ja, da gehe ich auch gleich hin. Okay, in zwei Minuten rufe ich an. Nö, nö, wir können ja auch so lange am Telefon bleiben bis bald, dann kann ich auch noch ein paar Fragen stellen. Ich weiß, sonst stelle ich noch ein paar Fragen nachher sowieso. Deswegen habe ich angerufen heute. Ja, genau. Und, äh, wenn ich da jetzt das Geld, äh, da gewonnen habe, also da, also so, ja, na, mal Sie wissen, was schweigen hier, wo ich so, ähm, na, wo der Kohle denn da rauskommt, also wenn ich da viele drauf habe, wie ist denn das mit der Ausdauerung, wie lange dauert denn das? Ah, ein bis zwei Arbeitstage. Ah ja, also wenn ich da jetzt, keine Ahnung, da Geld gemacht habe, dann kann ich da auf Auszahlen drücken und dann dauert es zwei Tage und dann habe ich das auf mein Konto. Also Sie dürfen jederzeit die Profite auszahlen lassen. Eine Auszahlung dauert nicht mehr als zwei, maximum zwei Arbeitstage. Wir haben auch mehrmals erlebt, dass es in ein paar Stunden geklappt, aber maximum zwei Tage. Ja, und, äh, wie ist das mit der Steuer? Muss ich das denn bei der Steuer melden? Nein, die Steuer, Sie bekommen eine Steuernummer von unserer Finanzabteilung, die Steuer übernimmt unsere Unternehmer, aber das, was Sie zahlen müssen, sind sechs Prozent Verwaltungsgebühr. Ja. Sechs Prozent sind, das gehört an meinen Namen als Kontoverwalt da. Ja, aber muss ich nicht, äh, muss ich nicht noch ein Schlauptwort abgeben? Bitte, aktualisieren Sie kurz Ihren Computer. In zwei Minuten rufe ich an mit den starken Informationen. Okay? Ein bis zwei Minuten. Aber ich habe Sie doch jetzt dran. Ja, weil ich wusste, was Sie unterschreiben. Nur, oder bleiben Sie dran? Ja, ich, ich bleibe dran. 30 Sekunden, bleibe lieber dran. Okay. Ja. Und dann hat der nette Kumpel einfach am Telefon aufgelegt und sich nicht nochmal sofort gemeldet. Ich weiß nicht, ob er später nochmal angerufen hat. Das Problem ist halt auch immer, wenn ich hintereinander wegtelefoniere, dass dann nicht mehr so wirklich rausfindbar ist, ob der nochmal angerufen hat. Die rufen ja jedes Mal mit einer neuen Telefonnummer an. Von daher lässt sich das ziemlich schwierig zuteilen. Aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht, was auch nicht viel intelligenter ist. Hallo? Ja. Ja. Ja, hallo, hier Aluisa. Ja. Ja. Ja, hi, am Apparat, die ist Sebastian Haus. Das geht auf Kryptowährungen, Herr Aluisa. Mhm. Äh, Sie haben versucht, einen Online-Kaltersgrund zu aktivieren, ne? Ja. Ja. Okay, alles klar. Haben Sie gehört von deinem Programm AnyDesk, Herr Aluisa? Ja. Was soll ich davon gehört haben? Wie bitte? Was soll ich denn davon gehört haben? Ja, weil das ist ein Programm. Ich helfe Sie von meiner Seite. Verstehe ich nicht. Okay, aufnehmen Sie Google. Schreiben Sie Amazon AnyDesk. Ganz einfach. Na, in diesem Gespräch geht's ja schon wieder von Anfang an richtig gut los. Der nette Onkel, der will hier von Anfang an gleich wieder AnyDesk haben. Tja, was will man da eigentlich von so einer Firma erwarten? Nein. Viel sicherlich nicht. Denn wer mit AnyDesk auf euren Rechner will, der hat definitiv nichts Gutes im Sinn. Denn warum solltet ihr auf euren Rechner draufschauen, um euch irgendwie zu helfen? Das macht keine andere normale Bank genauso. Also von daher ist das einfach nur zweifelhaft. Es gibt auch noch Alternativen von AnyDesk, wie zum Beispiel TeamViewer, VNC oder bei Microsoft Remote Desktop. Da greifen die Betrüger eher weniger auf euren Rechner drauf zu. Aber da gibt's halt verschiedene Programme. Es gibt auch sicherlich noch andere Programme, die jetzt hier nicht genannt sind. Grundsätzlich sollte man aber damit aufpassen, seinen Computer irgendwie freizuschalten in irgendeiner Art und Weise, dass fremde Menschen darauf Zugriff erlangen. Und wir machen ganz schnell ein Online-Tandelskonto auf die Wiese, ne? Ja, und was hab ich jetzt von dem Programm? Wie bitte? Ich versteh nicht, was ich mit dem Programm soll. Okay, Moment. Jetzt machen wir so, ein kleines Moment. Wie alt sind Sie, Herr Alois? 29. 29. Okay, alles klar. Sind Sie erst einmal bei Online-Trading? Was für ein Ding? Äh, Sie handeln schon erst einmal, oder? Wie meinen Sie die Frage? Wie bitte? Ja, wie meinen Sie denn die Frage? Ja, weil Sie haben, äh, das hier steht auf meinem System, Sie handeln schon erst einmal. Hallo, Herr Alois? Ja, was möchten Sie denn? Ja, müssen wir, äh, nur die Enidus-Programm unterladen. Und das geht ganz schnell. Ja, aber ich hab immer noch nicht den Sinn des Programms verstanden. Ja, okay, Moment. Ja, mit dem Enidus-Programm, das geht ganz schnell, Herr Alois. Wenn Sie mir meine Frage beantworten, dann vielleicht. Okay, was war das für eine Frage, Herr Alois? Ja, die Frage hab ich Ihnen doch jetzt vier oder fünfmal gestellt. Können Sie überhaupt Deutsch? Ja, haben wir vergessen, die Frage. Ja, aber wenn Sie gleich am Anfang Fragen vergessen, die Ihnen gestellten, dann wirkt das nicht besonders irgendwie seriös. Ja, okay, Moment, gut. Müssen Sie ja mal richtig zuhören. Ja, okay, alles gleich. Aufnen Sie wieder, Google, schreiben Sie einfach eine Enidus, das ist ganz einfach. Und dann? Ja, dazu hab ich Ihnen ja bereits jetzt etwas gesagt. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Ja, wozu brauch ich das? Was ist der Sinn dahinter? Ja, das ist einfach ein Programm, ich schreibe Sie von meiner Seite. Zugang auf Ihres Computer. Und das geht ganz einfach schnell, Herr Alois. Ja, aber ich will so ein Programm nicht. Warum, Herr Alois? Ja, weil ich keine fremden Leute auf meinen Computer lassen möchte. Weil Sie sind schon ein scheiße YouTuber, deswegen, oder? Was? Weil Sie sind schon ein YouTuber, deswegen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen. Weil Sie sind schon ein YouTuber, ne? Was meinen Sie denn damit? Ich weiß nicht, was Sie von mir möchten. Ich bin schon ein YouTuber. Sie hören, so ein großer Arschloch. Sind Sie irgendwie doof? Große Hitler! Sie rufen bei mir an und beleidigen die Leute? Hi Hitler! Hi Hitler! Zeigt ja, dass Ihre Intelligenz nicht besonders groß ist. Tja, was soll man dazu eigentlich noch sagen? Der ruft bei mir an, ist nicht mit mir zufrieden, weil ich das blöde Annie, das Programm nicht auf meinen Computer runterlade. Das, was ihr alle Mann nicht tun solltet. Und weil ich das nicht tue, nennt er mich dann Hitler und Heil Hitler und was weiß ich alles. Und Putin, Putin, Putin. Also ich weiß gar nicht, was der überhaupt mit Putin will. Das hat ja nur überhaupt gar nichts mit dem Telefongespräch zu tun. Und ich weiß nicht, ob er mich damit irgendwie beeindrucken will. Tue da aber nicht. Tja, ich weiß es nicht. Also man kann es auch irgendwie gar nicht freundlich beschreiben, was die von einem da wollen. Letztendlich, ja, die wollen halt euer Geld. Aber die benehmen sich nicht so, als wollen die mit euch irgendwie vernünftig arbeiten. Eigentlich schockiert mich das Ganze hier immer nur wieder aufs Neue. Naja, aber ich habe euch noch ein Telefonat mitgebracht, was auch nicht viel intelligenter ist wie der Rest aus diesem Video hier. Hallo? Ja, hallo. Ja, guten Tag. Guten Tag, bitte. Sie rufen an, sagen ja, guten Tag, sagen nicht mal Ihren Namen und von wem aus Sie anrufen, ist das wahnsinnig laut bei Ihnen und Sie wollen meinen Namen wissen? Den verrate ich Ihnen nämlich nicht. Ich spreche mit dem Steinfeger. Ja, schon Steinfeger. Okay, hallo. Hier ist Michael Schmidt am Apparat. Herr Steinfeger, Sie haben sich bei uns registriert, auch unsere Website, auf Internet, um online zum Handeln. Ja, kann sein. Ja, genau. Das können Sie vergessen haben, ist kein Problem. Deswegen bin ich jetzt hier, damit ich Ihnen das erklären kann, wie das alles funktioniert mit dem Online zum Handeln, ja? Aha. Also erstmal erst richtig, Herr Steinfeger, haben Sie schon mal gehandelt oder noch nicht? Womit denn? Ob Sie Erfahrungen haben an dieser Arbeit, an dieser Branche, haben Sie Erfahrungen oder noch nicht? Im Handeln, ja. Okay. Also, Herr Steinfeger, unser Mindestbetrag ist einmal 250 Euro. Ja, 250 Euro ist unser Mindestbetrag. Dazu werden Sie einen Brugger bekommen. Meine Brugger ist der Mann, der sich hier mal arbeitet. Mit dieser Summe, was Sie investieren werden, wird er Ihnen das Doppelte zu verdienen. Ja, bis Ende des Monats. Also, das heißt, von unserer Seite bekommen Sie auch dazu Bonus auf Ihren investierten Preis. Zum Beispiel, Sie investieren 52 Euro ein. Jede Preis hat ja seine Beträge und jeder Preis hat ja seine Bonus an. Zum Beispiel, bei dem 52 Euro bekommen Sie von meiner Seite, gebe ich Ihnen 50% Bonus. Ja? Das ist von uns. Also, wenn man dazu einen Bonus hat, dann heißt das, alle sichere Gewinne bis Ende des Monats. Und Sie haben die Möglichkeit, uns erstmal eine Woche lang zu testen, um zu sehen, wie es funktioniert, wie das alles läuft. Ja? Also, Sie testen uns erstmal eine Woche lang zu sehen, wie es funktioniert, falls Ihnen gefallen, dann machen Sie weiter. Falls nicht, dann machen Sie eben Ihre Geld zurück und das war's. Wir kommen erstmal auch von Berlin. Wir kommen aus Berlin, ja. Wir sind eine lebensumte Firma. Ich arbeite auch in dieser Branche 15 Jahre mit den Verhandlungen, ja. Hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Also, haben Sie dazu vielleicht eine PC oder ein Laptop, was haben Sie dabei, damit wir weitermachen, damit Sie bei uns einzahlen und mit Ihrem Mittelbetrag anfangen zu handeln? Was? Hören Sie mich? Ich habe die Frage akustisch nicht verstanden, weil das bei Ihnen irgendwie war nicht laut im Hintergrund ist. Also, ich sage, also, wenn Sie momentan eine PC oder ein Laptop haben oder Handy, ein Smartphone, damit Sie weitermachen, damit wir Ihren Handelskonten zu aktivieren, Herr Steinfeger, dass Sie mit uns einsteigen mit dem Mindestbetrag, 250 Euro. Also, Sie verkaufen Laptops und Handys oder wie? Wir verkaufen gar keine Handys oder Laptop, PC. Das heißt nicht, es geht um Online-Handel, ja. Also, es geht um Online, mit dem Bitcoin zum Handeln, mit dem Anstieg zu Proberungen, Online zum Trägen. Haben Sie das schon mal gehört oder nicht? Ja. Ich höre Sie sehr leise, ein bisschen lauter sprechen, ja. Ja, ich sagte, ja, schon. Hallo? Ja, hallo. Ja, haben Sie mich gehört, was Sie gesagt haben oder nicht? Ja, sehr schwer. Ich sagte ja bereits, dass die Musik unfassbar laut ist. Ich kann Sie kaum verstehen. Leider, wir müssen hier eine bessere Musik haben, ja. Sonst, wenn wir keine Musik haben, dann hören Sie mich gar nicht hören. Das ist ja eine dämliche Aussage. Ja, aber ich höre Sie ja wegen der Musik nicht. Wie sieht das aus, Herr Steintäger? Wollen Sie mit uns handeln, ja oder nein? Weiß ich nicht. Wenn das so eine halbe Diskotheke ist, wahrscheinlich lieber nicht. Wie bitte? Ja, genau. Vielleicht sollten Sie mal die Musik ausmachen, dann würden Sie auch die Kunden am Telefon verstehen. Aber Sie sprechen auch sehr leise. Sie müssen ein bisschen lauter sprechen, ja. Ja, ich kann nicht noch lauter ans Telefon schreien. Sie brauchen nicht schreien, sondern ganz mal sprechen, ja. Was wichtig ist, dass Sie jetzt keine Erfahrungen haben. Ja, also Sie wissen gar nicht überhaupt, wie das alles funktioniert und wie viel Sie Geld verdienen können in einem Monat, Herr Steintfänger. Wollen Sie einfach mit uns anfangen, also mit dem Handel zu anfangen und Geld zu verdienen bis Ende des Monats? Was habe ich denn davon? Sie werden also bis Ende des Monats sicher mit dieser Summe was investieren? Zum Beispiel, wenn Sie mit dem Mindestbetrag anfangen, 250 Euro, der Broker verdient Ihnen ca. in einem Monat, also bis dieses, ca. über 2.000 Euro verdienen Sie, Herr Steintfänger. Weil Sie investieren Geld selber für Sie. Ja, damit der Broker für Sie einmal das sovielte von dem Sie investieren zu verdienen, bis in einem Monat. Haben Sie schon mal ein bisschen etwas gehört, über den Bitcoin, Aktien, Kryptowährungen online zum Handeln, oder nicht? Ja, so ein bisschen, ja. So ein bisschen, ja, okay. Und haben Sie schon mal gehandelt, oder noch nicht? Ja, bei Ebay halt, ne. Wo? Bei Ebay. Bei Ebay? Was haben Sie bei Ebay gemacht? Haben Sie etwas verkauft? Ja. Was haben Sie denn verkauft? Über meine alte Playstation und so. So gut. Aber. Ja, und an dieser Stelle ist ihm dann wohl aufgefallen, dass sich das Gespräch in eine falsche Richtung entwickelt, die er sich nicht vorgestellt hat. Tja, denn da hat er einfach das Gespräch abgebrochen und aufgelegt und keine Lust mehr gehabt, weiter mit uns zu telefonieren und hat sich nicht mal irgendwie noch in irgendeiner Art und Weise höflich von uns verabschiedet. Naja. Was will man halt auch sonst erwarten von den Betrügern? Tja, wer möchte, schaut gerne noch auf TikTok vorbei. Ich heiße auf TikTok auch Callcenter Abzocke. Guckt gerne mal rein. Den Link findet ihr unten natürlich in der Videobeschreibung oder einfach, wenn ihr über den Computer online seid und auf der Kanalhauptseite seid, hier von Callcenter Abzocke, direkt oben auf der rechten Seite im Banner. Ich bedanke mich fürs Reinschauen oder Reinhören, die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.